Wir müssen holen Jaaaa Schau Leute was geht ihr? Willkommen zu diesem wunderbaren Video Mit dabei ist heute liebe ASKESCHOON Hi Freunde ich hab Lust dabei zu sein Neee Oh oh Sehr schön Leute ihr könnt im Item Shop unten eintragen Support the Creator Revinzeit Davon habt ihr nämlich folgendes Ihr unterstützt mich im Item Shop und es ist gerade Sommerloch Und ich brauche das Geld wirklich Bitte Weil ich bin ja auch dabei Also das geht zwar alles an dich aber ich bin ja dann Mach dich jetzt einfach bereit du Assi Ok Leute wir spielen heute gemeinsam eine Runde fort Und haben eine kleine Hidden Trap Die ihr hier schon mal so ein bisschen auf dem Thumbnail spotten konntet Und hier auch mal gesehen habt meine Freunde Mit dieser Hidden Trap möchten wir jetzt ein paar Gegner killen Eigentlich ist die Construction dahinter dermaßen simpel Dass ich der Meinung bin dass keiner darauf reinfallen sollte Aber ich glaube in so einer krass belebten Stadt Wie Tilted oder in Pleasant also wo eine Menge Spieler rumlaufen Kann das im Eifer des Gefechts doch sehr wohl passieren Dass da jemand durch sprintet Ich würde sagen wir legen da einfach noch ein bisschen Bait hin oder sowas Keine Ahnung ne Waffe oder so Und dann warten wir doch einfach mal ab Oder Holz hinlegen Tobi Ein Rohstoff den man braucht in diesem Spiel Ja ich würde sagen wir landen erstmal Ja man Holz Dinger Lass uns erstmal in Pleasant Park landen und mal gucken ob wir die nötigen Waffen und Utensilien dafür finden können Deswegen ist weil ich das letzte Mal Fortnite gespielt habe 2004 Na da war ich schon 17 Also 2004 Ok krass Ich hab ich weiß wo man Fallen findet Wo denn In Paradies Ich fühl mich so als wäre hier das Es geht ja darum dass wir erstmal ne Falle finden Weißt du was ich mein Ja aber wir müssten ja nicht nur ne Falle finden sondern auch ein Bait Weil ich im Paradies leben will Weil ich im Paradies leben will Und hier unten landen Nein Glück ist keine Falle in der Gegebenheit Komm jetzt mit nach Paradise Ich seh ne Falle Du siehst keine Falle Woher weißt du das Also nein ich mein Woher willst du das wissen Ich seh ne Qualle Du hast ne Falle Ich seh ne Qualle Und du hast ne Falle Oh bei dir landen ein paar Leute Diggi Deswegen immer aufpassen wo man landet Voll sehr neister Hinweis danke Halt dein Maul Auf mich gehen sie gerade Haben wir einen umgebracht Ich nicht Der hatte keine Falle Ich brauch Hilfe der ist dead Der ist gut wie dead Ist der gar nicht Dinger ich hab mir so gegeben Der war ja gar nicht dead Oh hier ist ne Falle Wheeltruck Nice Steps dem Nachbar aus Ok wollen wir es jetzt mit der Falle versuchen oder wollen wir warten Ich würd warten Ok Ich hab ihn in der Luft zerschossen Wie Ist der tot hast du ihn umgebracht Oh mein Gott du Mörder Ich bin Mörder Oh der Heavy Sniper Das ist meine Das ist meine Heavy Sniper Oh komm mal her ich hab noch Saufpacks Ich hol mir eine kurze Falle warte Komm Saufpacks Warte lass mich doch mal fallen Lass saufen Alter Das finde ich gar kein gefallen hier Lass saufen Alter Rebi wir müssen das Video machen Lass saufen Lass saufen Alter Lass saufen Alter Lass saufen Alter Na hallo Ok ich hab jetzt den Bait die Heavy Sniper Das ist wirklich ein guter Bait Weil die will jeder haben Ne Doch ich hab schon mit vielen Leuten gesprochen in Fortnite Die wollen die alle haben Richtig Warum haben wir nicht erst die kleinen Schildies hier genommen Lass saufen Alter Ich fahr erst mal Metal Metal Leute So Ok So jetzt hast du zu sagen bis ich den vorne nacheinander sage Wie viele Kills hast du Genug Sag ehrlich Äh 3 Ok Ja du nicht ne Nein Doch Okay jetzt müssen wir nur noch irgendein paar Gegner finden die richtig Bock auf so eine Heavy Sniper haben Wow Den erstmal hoch und hol uns in der Falle Achtung da ist jemand Moin Jungs Haha Stell dir mal vor wie lustig dass es gewesen wäre Entschuldigung Ich hab mich erschrocken Ich könnte den von hier töten. Ich könnte den töten, wenn ich will. Ich bin krass, ich weiß, wie man jemanden tötet. Kannst du bitte aufhören? Soll ich den umringen oder nicht? Baby. Wir gehen hier mal voll daneben. Nicht schießen. 150er Hit. Du darfst keine Aufmerksamkeit auf uns denken. Hab ich doch gar nicht. Baby, du hast gehört mit dem Lautesten, die wir in diesem Spiel geschossen. Sollen wir den jetzt pushen oder nicht? Ich will den endlich tot sehen, Mann. Nicht, nicht. Ich hasse den aber. Okay, nächste Zone ist direkt neben uns. Okay, pass auf. Ich würde hier am Weg irgendwo hinbauen. Oder hier. Guck mal, hier. Hier ist Hotspot. Da vorne ist doch nicht mal in der Zone, oder? Klar. Ja, aber wo verstecken wir uns denn dann? Ja, in dem Häuschen daneben. Du der Plan? Ja. Kannst du da oben ein Dach draufsetzen? Einfach. Warte, ich muss das noch so editieren kurz. Ach, bau die Pyramide kurz ab, weil ich fahre hin. Schnell. Das wird hier niemals funktionieren, Alter. Ja, ich leg mal den Dingel noch hin. Am besten gehst du auf die andere Seite. Hier wird hier niemand langlaufen auch. Doch, jeder. Das wird niemals klappen, Alter. Ich sag, es kommt doch hier keiner lang. Digga, die Infratrame. Das sieht halt so suspicious aus einfach. Man könnte ja drumherum noch ein bisschen was bauen. Sollen wir drumherum noch was bauen? Ja, wir tun es, als hätten wir hier ein bisschen gebaut. Okay, das ist nice. Hier noch ein bisschen. Okay, hau ab, hau ab. Komm, komm, komm. Zurück, zurück, zurück. Okay, ich komm. Wird nicht funktionieren, Alter. Das wird niemals klappen. Doch, doch. Alter, ich kann mich hier nirgends verstecken. Da vorne sind welche Links? Liste Links? 240. Geh mal. Ja, da, wo du stehst, ist halt blöd. Wollen wir nicht irgendwas bauen hier? Würde ich gar nicht machen. Warte, 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 über uns. Das wird nicht klappen. Doch. Hör auf zu bauen. Alter, Tobi, nee, das klappt nicht, das klappt nicht. Es wird. Nein. Oh, lol. Woher? Ich baue die Wand ab. Zieh mich hoch. Drei, zwei, eins und jetzt. Und weiter, weiter, weiter. Wir müssen hier irgendwie herbaiten. Ich glaube, unser Bait ist nicht gut genug. Du bist ja auch. Wenn du ein Hund wärst, würdest du lieber auf eine Karotte gehen oder ein Stück Fleisch? Karotte? Ich bin Vegetarier. Okay, vielleicht haben wir ja Vegetarier hier. Alles gut. Warte, holen die noch. Die müssen holen. Ja! Das hat geklappt. Digga. Was? Oh mein Gott, was? Stell dir mal vor, der wäre low gewesen, Digga. Oh Mann, Alter. Oh mein Gott, wenn der low gewesen wäre, er wäre down gewesen, ne? Aber es hat geklappt, Digga. Es hat funktioniert. Es hat wirklich geklappt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir hängen jetzt einfach nochmal ein paar Runden dran, wie es da wirklich funktioniert hat. Also, es hat schon mal halbwegs geklappt. Jetzt geht es nur noch darum, damit ein paar Kills zu machen. Bis gleich. Du bist gleich dead hier bei mir. Nee! Ganz viele noch irgendwie. Ich bin dead. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal. Hör auf, die Fallen zu wasten, du Assi! Der hat die Falle gesetzt, Mann! Mann! Ein genockt da oben. Ah, der 75 geht, hab ich ihn. Drei, zwei, eins. Warte, 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 warte. Ah, komm, Lappen, Alter, wirklich. Mach es. Digger, das kann doch nicht sein, Mann. Wieso hatten... Wir hatten keine Fallen. Okay, Tobi, wir versuchen es jetzt nochmal. Okay, Leute. Nachdem wir jetzt auch einen Win unnötigerweise geholt haben, den wir gar nicht wollten, gehen wir jetzt in die Luft. Gucken, wo wir einen Lama finden. In dem Lama sind Heal-Stuff drin. Plus Mats, plus Fallen. Und dann gucken wir. Okay, Tobi, das... Die Chance ist halt wirklich nicht hoch, ne? Dass wir einen Lama finden. Ja. Ich glaub schon doch. Hab eins. Ja, ist aber Lama nicht. Ne, ist keins, ist keins, ist keins. Weil diese blöde Ballmaschine sieht genauso aus von Weitem. Du bist eine blöde Ballmaschine. Ich hab eine Falle. Warum? In dem Gebäude. Ist ja auch egal, wir haben da schon mal eine Falle. Ich bin bei Megamall gerade. Kannst du irgendwie zu mir kommen? Hier ist gar keiner. Ich hab einen Jug und eine Falle, Tobi. Kannst du schon mal Stahl farmen? Jo, ein bisschen. Ich muss aber erstmal Waffen holen, weil ich hab gar keine Waffen. Du hast mir nichts zu sagen. Ja, das stimmt. Ja, ich bin alt genug. Ich hab heute ein Paket verschickt, allein. Ja, ich hab's versucht. Ich bin jetzt gleich bei dir? Ey, an denjenigen, die ich meinen PC verkauft hab. Du kennst mich zwar nicht auf YouTube, aber... Grüße gehen raus. Ich bin bei dir in der Nähe. Ne. Was hast du als Bait, hast du gesagt? Ein Juggy und so einen goldenen Revolver, aber ist nicht so gut. Aber der Juggy wird halt ziehen. Wir können auch mehr reinklatschen da. Das kann auch so aussehen, als wäre da jemand gestorben, weißt du? Ich hab die komplette Mall gelootet. Weißt du, was ich hab? Keine Falle. Eigentlich müssen wir, wenn die drinstehen, mittendrin einmal in den Kopf schießen, weißt du? Dass die dann so kurz bevor sie sterben, den Kopfschuss haben. Oh mein Gott, ich hab eine goldene Pump noch als Bait, theoretisch. Nichts theoretisch. Die wirst du abgeben, das sag ich dir. Wir sind hier im Pfandhaus. Schweinehund, du. Ich finde jetzt 100% eine Falle. Pass auf, ich bin im Keller. Und? Keine Falle. Ah. So, eigentlich könnten wir das hier schon irgendwo hinsetzen, finde ich. Nein, Digga, chill. Ja, wir haben halt nur eine Falle, stimmt. Das wäre Waste. Wir müssen wirklich wieder auf die kleine Border warten. Also nicht auf die ganz kleine. Ja, wenn die kleinen Border sind, alles zu spisch ist, Digga. Hier rennt man einfach noch rein. Ja, aber Bruder, wie hoch ist die Chance, dass du jetzt hier einen Gegner findest, der genau da reinläuft? Ich hab gefragt, wie hoch die Chance ist. Ja, ich sag schon nichts mehr. Ja, doch, du sollst mir sagen, wie hoch die Chance ist. Lass uns ein bisschen offen durch die Zone strafen, bitte. Ja. Spawn ja nicht immer so Scheißhäusern, immer so fallen oder so. Was ist da nicht irgendwie so ein Ding? Scheißhäuser sind Toiletten. Ja, ich weiß es nicht. Okay, haben die wirklich die Fallenspawnrate drastisch minimiert? Oh, die Border, guck mal. Genau, wo ich markiert hab, Digga. Da wird Hotspot sein. Guck mal, die kommen alle von da dann. Da dann? Der Rapper? Digga, komm jetzt wirklich. Komm, keine Zeit verlieren. Ja, wir haben halt nur eine Falle. Bruder, guck mal die Border an. Die werden alle durch diese Schneise da gehen. Egal, wo die herkommen. Glaube ich nicht. Ey! Doch! Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Wir können es gleich lassen, Alter. Okay, wir können es lassen, Alter. Komm, machen wir es. Wir sollten aber Gas geben, weil die alle gleich hierher kommen werden. Bau schon mal so ein bisschen random hin und her. Es darf nicht ablenken von dem eigentlichen Ziel. Okay, guck mal, hier will ich es machen. Genau hier. Oh Mann, man kann ja keinen geilen Boden bauen. Mann, wir müssen es hier machen. Okay, hier. Setz die Falle hin. Oben. Ey, Digga, wenn das klappt, ne? Ich lege jetzt einfach mal den Shotgun auch noch da hin. Woll ich meine auch noch da hinlegen? Ja, hau alles da rein, Digga. Die Leute, die müssen hierher kommen. Die müssen die hierher baiten irgendwie. Warte, wir müssen jetzt genau Gegner hierher baiten, damit die in diese Falle hier reinlaufen. Ja Mann, Digga, das ist gut. Das sieht aus, es wäre ja jemand gestorben. Die Gegner müssen uns am besten töten, dass die hierher kommen, dass die nach dem Tod klatschen, weißt du? Schieß mal ein bisschen mehr. Alter, hier heftiger Kampf. Oh, ich habe ja getötet hier unten drin. Hier liegt Luz. Oh, oh, oh. Voll links kommt ein Baller. Der fliegt. Hier. Oh Gott. Nein, oben auf dem Luftschiff. Ich bin dead. So gut wie. Ich bin dead, Digga. Krabbel zur Falle. Ich krabbel zur Falle. Okay, pass auf. Digga, oh mein Gott, Digga. Warte, die müssen da rein. Die werden da nicht reinlaufen. Die haben es zugebaut. Die haben es nicht gesehen, oder? Von hinten. Doch, Digga. Gein zurück, du Sp***i. Der da, der Helmtyp. Der ist low, Digga. Wenn der da reinläuft, der ist weg. Oh, jetzt hält er sich. Oh, er geht da rein. Er geht da rein. Oh, der geht da, Digga. Mann, Mann, Alter. Mann, Alter. Mann, Alter. Okay, Leute, ich habe keinen Bock mehr, Alter. Wir haben es jetzt zwei Stunden probiert, oder drei Stunden. Ihr seht auf jeden Fall, es funktioniert, Mann. In dieser Falle holt man wirklich jeden Gegner weg, Alter. Das erwartet wirklich keiner. Jetzt brauchen wir. Na ja. Sie verstehen es nicht, Sie verstehen es nicht, Digga. Sie verstehen es nicht. Sie sind einfach zu dumm. Sie sind einfach zu dumm. Und jetzt sterben sie, Leute. Das war es von diesem wunderschönen Video. Wir haben uns echt geopfert dafür. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Tobi vorbei. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau, tschau.